Was verbirgt sich denn hinter den vier Buchstaben? Ja, das beschreibt den Schutz vor den chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren. Dafür stehen diese vier Buchstaben, CBRN, und das umfasst alle Schutz- und Abwehrmaßnahmen inklusive der planerischen Aspekte mit dem Ziel, den bestmöglichen Schutz der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlagen, aber auch der Schutz des Einsatzpersonals sicherzustellen vor diesen chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren, egal wo sie herkommen. Wir haben sehr viele dieser Stoffe im Alltag, aber insbesondere im Tonnenmaßstab auch in der Industrie, in der Landwirtschaft, in medizinischen Einrichtungen. Die sind also vielfältig vorhanden, können auch gezielt hergestellt werden für militärische oder kriminell-terroristische Zwecke, sodass also CBRN-Ereignisse durchaus möglich sind. Ich möchte kurz einige Beispiele in Erinnerung rufen. 2018 der versuchte Biowaffenanschlag mit Rezin in Köln. Die Maßnahmen in Großbritannien gegen ehemalige Spione mit Einsatz von Kampfstoffen und auch radioaktiven Giften bis hin zu dem gestern bestätigten Vergiftungsversuch auf den russischen Politiker, der gerade in der Berliner Charité behandelt wird, mit einem Nervenkampfstoff, aber auch vor wenigen Wochen die gewaltige Explosion in Beirut mit den doch sehr deutlichen Auswirkungen und in einem großen Radiusumfeld um den Ereignisort. Das heißt, solche Lagen sind durchaus möglich und wir müssen sie betrachten. Deshalb ist der CBN-Schutz ein wichtiger Aspekt und auch im BBK entsprechend behandelt und nimmt dort eine zentrale Rolle auch ein. Ja, das erinnert mich wieder daran, dass wir ja eigentlich auch, bevor wir sprechen, wollten wir ja einen kleinen Film zeigen, weil gerade auch Erproben und Forschen mit zu den Aufgaben in ihrem Referat gehört. Aber vielleicht könnten wir, ich gucke mal, den Film noch kurz einspielen. Dann sage ich jetzt erst mal Film ab. Um optimal zu helfen, gehen wir noch weiter. So forschen wir zum Beispiel daran, aus welchem Material ein Schutzanzug gemacht sein muss, damit er die Einsatzkräfte bei einem Unfall mit gefährlichen Stoffen schützt. Wir entwickeln spezielle Fahrzeuge für den Zivilschutz, die auch bei besonders schweren Unglücksfällen oder Katastrophen zum Einsatz kommen. Wir unterstützen Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit Know-how und Material für Übungen und den Ernstfall. Ja, das war so ein ganz kleiner Einblick nur in, also forschen und erproben. Aber gehen wir doch nochmal auf die Aufgaben des Referates ein. Was sind die Aufgaben, die Sie da bei den chemischen, radiologischen, nuklearen, biologischen, habe ich vergessen, Gefahren wahrnehmen? Ja, der CBI-Unschutz arbeitet dort in allen Phasen der entsprechenden Maßnahmen. Das heißt, kurz gesagt, konzeptionell, planerisch, einsatztaktisch, aber auch ausbildend, erprobend, wie Sie es schon bereits gesagt haben. Das heißt, wir haben eigene Labore, in denen wir Erprobungen durchführen. Übrigens auch ein Auftrag aus dem Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, die Ausstattung für den Zivilschutz zu erproben. Wir haben dort chemische, mechanische, aber auch physikalische Labore und Möglichkeiten, das zu testen. Fangen wir an. Wir schauen uns Gefährdungsanalysen an, werten diese aus, stellen über den Soll-Ist-Vergleich fest, was wird überhaupt benötigt, erarbeiten einsatztaktische Forderungen, konzeptionelle Vorgaben, wie beispielsweise auch die CBN-Rahmenkonzeption, die die Grundlagen beschreibt, aus denen diese Ausstattung dann aufgebaut wird. Dann entwickeln wir Methoden, Systeme, Gerätschaften für den CBN-Schutz, für diese Einsatzzwecke und beschreiben diese, erproben diese vorab in den Laboren. Wichtig ist uns dabei die Robustheit, die Sicherheit auch für die Einsatzkräfte und dass die Geräte auch das tun, was die Produktbeschreibung verspricht. Das ist leider nicht immer der Fall, deswegen müssen wir das auch tun, weil wir schicken Einsatzkräfte in Gefahrenlagen und die müssen sich auf die Geräte verlassen können, dass sie auch das tun, was sie tun sollen und so auch den Schutz der Bevölkerung überhaupt aufrechterhalten. Deswegen ist die Erprobung ein sehr elementar wichtiger Baustein im CBN-Schutz. Und dann gehen wir in die Beschaffungsmaßnahmen hinein, teilweise das, was Herr Gewehr eben auch schon beschrieben hat, und begleiten aber auch diese Beschaffungsmaßnahmen, die Auslieferungen und auch die Bedienerinnen und Bediener später, die diese Messgeräte und Fahrzeuge benutzen, werden von uns auch mit ausgebildet zusammen mit der Akademie und auch regelmäßige Updates und Aktualisierungen durchgeführt, sodass wir von der Idee über das Produkt bis zur Begleitung alle Maßnahmen begleiten und darüber hinaus auch beratend für andere Behörden unterwegs sind. Das ist im Grunde genommen ein sehr umfassender Schutz, der im Grunde genommen dahinter steht, damit die Einsatzkräfte eigentlich sicher in solchen Gefahrenlagen arbeiten können. Und wenn die Einsatzkräfte gut arbeiten können, ist die Bevölkerung geschützt und die Einsatzkräfte sind auch geschützt. Also das ist im Grunde genommen dieser Rundumschutz, den Sie auch da mit gewährleisten, also der CBN-Schutz im Bevölkerungsschutz. Ganz genau. Das heißt, eine CBN-Lage, also ein Ereignis mit einer Freisetzung einer chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Substanz, ist sehr dynamisch und auch sehr zeitkritisch. Das heißt, wir haben dort drei Leitlinien im Prinzip als wichtig herauskristallisiert. Wir müssen möglichst schnell erkennen, dass überhaupt was freigesetzt ist und um was es sich handelt. Das heißt, diese Nachweisfähigkeit, um dann die Personen in der Gefahrensituation zu schützen und auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und genau für diese drei Aspekte, die sind im Bevölkerungsschutz, im CBN-Schutz implementiert, sind dort die strategischen Leitlinien. Und für all diese Punkte entwickeln wir auch Ausstattung, auf die ich dann auch noch eingehen kann. Ja, wir machen das ja, sagen wir mal so, auch nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern lassen Sie uns ganz kurz darauf eingehen, auch international. Wir unterstützen ja auch andere Länder, was den Bereich der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren betrifft. Ja, das ist richtig. Wir unterstützen aktuell zwei Länder, Jordanien und die Ukraine und beraten diese beim Aufbau der eigenen Fähigkeiten im CBN-Schutz, sowohl mit Beratungsleistung, mit Ausbildung, aber auch mit Ausstattung. Ja, das ist natürlich auch sehr spannend. Das kann man auch alles nochmal nachlesen auf unserer Internetseite. Jetzt würde ich aber doch nochmal einen kurzen Blick werfen auf, wie entwickelt sich denn der CBN-Schutz weiter? Was sind denn da für Pläne? Ja, ich komme vielleicht ganz kurz noch auf, was haben wir überhaupt im CBN-Schutz? Das heißt, das sind die drei Aspekte, Nachweismöglichkeiten. Dort haben wir die Erkundungswagen 320, geplant über 500 Fahrzeuge, die flächendeckend in Deutschland verteilt sind und so jeden Einsatzort innerhalb von 30 Minuten erreichen können, nach Alarmierung und während der Fahrt chemische und radioaktive Kontaminationen feststellen können, Belastungen feststellen können. Wir haben speziell entwickelte Probenahmeausstattung, um Proben zu nehmen, die später in Speziallaboren untersucht und analysiert werden können. Und wir sind dabei, Messleitkomponenten zu beschaffen, die diese Messfahrzeuge koordinieren und deren Messergebnisse zu einem CBN-Lagebild für die Einsatzleitung aufarbeiten können. Für die Feuerwehrleute, das wäre die Abschnittsleitung messen in der entsprechenden Struktur. Darüber hinaus haben wir persönliche Schutzausrüstung für alle Helferinnen und Helfer im Zivilschutz. Derzeit sind das über 53.000 Sätze, bestehend aus einem Overgarment, der gegen chemische Kampfstoffe wirkt, einen Spritzschutzanzug gegen Flüssigkeiten, die auch als Kontaminationsschutzanzug in radioaktiven oder biologischen Lagen benutzt werden kann. Entsprechend Atemmasken mit Filtern und Schutzhandschuhe und Schutzstiefel. Wir sind dabei, das zu erweitern, auch um ein Selbsthilfeset und entsprechend auch Reserve vorzuhalten über diese 53.000 Sätze hinaus. Lassen Sie mich hier kurz noch sagen, es ist besonders wichtig, dass diese PSA, kurz genannt, also persönliche Schutzausrüstung, nahe bei den Einsatzkräften ist, damit die auch in einer Lage schnell benutzt werden kann, weil nur dann kann sie wirken. Das ist leider nicht überall der Fall, aber die sollten nahe bei der Einsatzkraft sein, um dann helfen zu können. Bei den Gegenmaßnahmen haben wir die Dekontaminationsfahrzeuge, ein Gerätewagen, Dekontaminationpersonal, um kontaminierte, verunreinigte Einsatzkräfte von den CBN-Stoffen wieder befreien zu können und auch als Teil der medizinischen Taskforce, die wir gleich noch hören werden, ein Modul Dekontaminationverletzter. Und als Spezialfähigkeit dann auch noch die analytische Taskforce, die hochspezialisierte Truppe mit speziellen Messgeräten an acht Standorten in Deutschland, sodass sie auch jeden Ereignisort innerhalb von zwei bis drei Stunden erreichen können und von der Beratung bis hin zu eigenen Messmöglichkeiten mit dem erwähnten hochspezialisierten Ausrüstung durchführen können und die Spezialfähigkeiten darstellen. Diese Gruppe, dieser ATF, analytische Taskforce, ist auch im Katastrophenschutzmechanismus der EU im Rahmen für internationale Hilfeleistungen der Europäischen Union einsatzfähig und wir entwickeln dort auch gerade weiter, dass sie auch luftverlassbar noch besser verlegbar ist. Und das als aktuelles Beispiel. Ein Experte der ATF war beratend bei den Explosionsereignissen in Beirut vor Ort und hat dort die Behörden und deutschen Beteiligten beraten und parallel dazu hat ein Stab hier in Bonn weitere Einsatzoptionen für die analytische Taskforce bei diesem Ereignis geprüft. Auch das wieder, wie eben der Schutz nicht mehr nur national ist, sondern wie eben Bevölkerungsschutz auch international wird. Herr Unger hatte ja ganz am Anfang auch erzählt, unser Präsident, wie wir uns auch international engagieren und dass deutscher Bevölkerungsschutzstandard eben auch sehr gefragt ist im Ausland. Das finde ich auch sehr wichtig. Was ich auch noch gerne erwähnen würde, ist, ja, sie stehen in sehr engem Kontakt also mit den Einsatzkräften, denjenigen, die das benutzen, um in den Einsatz zu gehen. Aber wir haben ja auch sogar eine kleine Hilfestellung auch für Bürgerinnen und Bürger gemacht beim Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren. Also das natürlich auch, sagen wir mal, kurze Infos, sollte man mit so einem Stoff in Kontakt kommen, wie man sich eben erst mal selber helfen kann, eh dann eben auch die Profis helfen können. Genau, entsprechende Verhaltensempfehlungen in solchen Lagen als Flyer in den Broschüren, Katastrophenalarm, aber auch als YouTube kleine Filmchen verfügbar. Ja, das heißt auch die Bürgerinnen und Bürger können natürlich davon profitieren, was wir eben auch an Empfehlungen geben. Wir wollen natürlich hoffen, dass es nicht dazu kommt, dass man sich da selber helfen muss. Aber wenn, dann kann man das vorher schon abrufen und wir stellen da viele Infos bereit. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht ein kurzer Hinweis noch. Wir sind dort, das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, mit den verschiedenen Zuständigkeiten, Bund und Länder gemeinsam aufgestellt, um einen optimalen CBN-Schutz aufzustellen als Teil des Bevölkerungsschutzes. Auch wenn das in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat, gibt es da immer Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln, insbesondere Anpassungen an technische Entwicklungen oder erkannte Erweiterungsmöglichkeiten spielen da eine Rolle. Da sind wir auch dabei und dort auch die Zusammenarbeit mit Ländern, mit allen Partnerorganisationen, Hilfsorganisationen, Einsatzkräften. Weil wir müssen in einer Lage gemeinsam arbeiten, benötigen dafür ein gemeinsames Verständnis und auch einen Überblick über die Fähigkeiten des anderen und was ist in der Fläche verfügbar an einem Einsatzort. Das heißt, diese Vernetzung und Interoperabilität ist dort auch ein sehr wichtiger Baustein und entsprechend entwickeln wir das gesamte System CBN-Schutz ständig weiter. Und ja, wie Herr Gewers eben auch schon sagte, personelle und finanzielle Ressourcen schaden dort nicht. Ich glaube, das könnte man bei jedem Thema, das wir haben, auch unterschreiben. Und ich glaube, dass es auch wie bei jedem Thema ist, man könnte da noch eine weitere Stunde irgendwie auch drüber sprechen. Wir reißen die Themen heute leider alle nur an. Also wer jetzt irgendwie denkt, lass den Mann weiterreden, sorry, geht heute nicht. Aber wir kommen darauf zurück und planen vielleicht auch mal sowas wie Expertenstunden, wo wir dann tatsächlich die Themen ein bisschen durchmachen. Geben Sie uns ein bisschen Zeit. Das ist ja heute unser Experiment mit dem virtuellen Tag der offenen Tür. Ich danke Ihnen sehr.